was ja ja das ist ein gegner das ist ein gegner ja keine angst der kommt nicht mehr hinter uns her ich bin es letztem auch vor dem golem die ganze weg gerannt die sind vorne beim sumpf kein problem ja ja kein problem die sind vorne beim sumpf das ist das geringste problem was wir haben so einfach weiterlaufen der golem hat gleich schon wieder auf zu ragen die sind vielleicht schnell aber dadurch dass die bäume uns sind bleiben die schön hängen gut dann kommen dann gucken wir mal ob wir hier ein bisschen was killen können ja hier das sieht ist schon viel angenehmer habe gerade noch mal auf middle damage ich mache jetzt einfach hier voll auf damage einfach kanu ja ja und da hinten ist ein alpha tabellara nene das gibt die gibt es glaube ich nicht auf jeden fall ein roter tabellara da hinten jaja das ist ein feier bleib hier naja happen oder gehen wir auf den großen hier ja ja mach den mal kannst ja mal an der jahr zu sehr zu spät hätte mal gucken können welches level der wo wo achtung pass auf lightning tillakuleo aber hau drauf nee nee traut drauf haut drauf ja der ist betäubt der ist betäubt nein jetzt ist es zu spät was viel damage gemacht ja mal außerdem mein track hat auch mit drauf du könntest mich aber mal kannst du mal zu mir gehen ja ich liege hier neben track ja was denkst du denn als normaler spieler kannst ja gar nichts machen ja stimm berries mach schnell da ist schon wieder ein lightning tier ja einfach einfach zu mir gehen kurz und das reinballern eh drücken und dann wieder auf ein tier drauf eh gedrückt halten und dann fertig reicht schon groß passiert nichts wahrscheinlich achso nee reicht schon reicht schon so oh ja oh ja einfach draufhauen ja der trike hilft ja mit meiner der steht dir der hilft dir ja mit das ist kein problem so fertig lightning alu ja komm weiter alles gut ja ja ich hab sieben level ups bekommen aber wir haben noch keine herzen bekommen ne noch nicht leider leider müssen einfach hier weiter drauf gehen äh da vorne der eternal alu bringt der oh hier ist ne base naja hier war ne base hat der hat der vielleicht was ne wir brauchen bären da kriegst du ach leute was warum stuckst du eigentlich nicht immer fest du blöder trike ich will ein fleischfresser haben hast du dieses problem net was ist mit dieser base hier passiert ey die wurde zerstört aber wie mit sprengstoff oh man oh man weiter hey so komm stirb äh mich wundert es überhaupt dass überhaupt noch gar keine gegner gekommen sind so wirklich und was hast du denn und was hast du bekommen hey als ob hier nix mehr drin ist was ist das denn ich will jetzt mal endlich zeug haben kann ich sein die greifen unsere base an nein macht keinen sinn wir haben den dominus rex das sind die typen von gegenüber ja ganz im ernst was willst du denn machen du kannst nichts machen gegen die der 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 putz und sei verweg die sind ja mit zwei tieren da wenn nicht nur mit mehr naja die haben zwei eifer in dominus rexe damit greifen die an na hat so wild sollen sie was haben wir gute ressourcen das einzige zeug ist das einzige gute zeug haben wir die eternals müssen sie der rest des ist eigentlich ein witz so kommen wir wollen jetzt mal hier ein bisschen zeug ja guck lightning track auch tot also du kannst nichts dagegen machen wenn wir da jetzt hingehen würden wenn wir sofort tot das bringt überhaupt nichts so mal sehen wann die dahinter kommen dass wir nicht in der base naja dann bauen wir uns halt woanders eine base auf oder ist tot jetzt kommen da kann doch jetzt mal was als ob hey was machen wir denn falsch als ob hier nichts drin ist das ist doch was ist das denn ist da vielleicht nee da ist er kann doch nicht sein irgendwas machen wir falsch habe ich so langsam das gefühl kann ich sein ja wir müssen einfach weiter drauf müssen sehen dass wir hier unser zeug bekommen verdammter mist hier nein das ist ja nur kristall das ist weil ein elementel tier gestorben ist hier in der nähe so komm achtung affe affe von links kannst du mal nehmen der bär ist eh gleich tot hier vorne ach nein vielleicht muss man ja auch mit dem hand schilfen halt stimmt moment äh lass mal lass mal lass mal was probieren doch das könnte sogar sein das könnte glaube ich sogar sogar stimmen momente mal es könnte sogar sein ich sag mal kurz bevor er kein leben mehr hat ja ja lass das mal probieren das könnten ja das könnte natürlich auch sein dass das der grund ist boah der hat ja gar nicht wenig leben mehr ja genau mach mal ja weiter 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 das ist bei bisschen über die hälfte mach weiter okay warte weiter 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 volle power ja gut stimmt das könnte natürlich auch ein grund sein das habe ich bis die sache ist ich habe das halt bis jetzt ähm kenne ich das nur von den alphas mit den alphas killen und dann so hin noch mal ja schau mal vielleicht jetzt noch wie viel hat der jetzt noch ja noch mal noch mal ich hätte jetzt einen dritten ah ja fahr wir nicht mit dem bogen noch ein bisschen alter jo moment ja hör auf zu scheißen ich mach von der vierte schaden ja ja noch mehr noch mehr noch mehr noch mehr ja wie viel noch naja der hat jetzt ein viertel so etwa noch ein bisschen ja ok stopp 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 ja wie viel hat der hat noch 8000 man ja wie kannst du das denn sehen noch mal ins inventar gehen ok ja ok dann kann der wie viel hat der jetzt 7 9 ja du machst du tausender schritten gerade runter machen nochmal noch mal noch mal noch mal noch mal noch mal noch mal ja ich glaube der hat ja auch 600 warte lass jetzt mal gucken haben wir jetzt was bekommen nö aber wenn wir ihn jetzt mal abbauen spaßenshalber ja kannst ja machen dann gucken was ist das problem eigentlich müssten wir langsam mal wirklich was bekommen naja nichts dran naja hä was ist mit dem kollegen hier da ist noch nichts mehr drin äh vielleicht sollten wir mal ach ne moment dann andere theorie das hat der beam gesagt gut ich weiß nicht ob was dahinter steckt könnte schon sein vielleicht sollten wir die nicht betäuben ist nur ein bisschen problematisch wie wollen wir das mit den tieren machen verdammt ne wenn du drauf haust betäubst du den ja auf jeden fall ok ich betäub den aber wahrscheinlich dann auch aber ich mein wir haben ja level 600 genau max level ja willst du mich verarschen ey ja wie denn ohne all vermied ist ja der witz äh welches level hast du 500 ja klar genau mein freund so siehts aus ey hier hat jemand eine base gebaut monkeys und ne ach terror bird lass mich in ruhe mach mal nix ich probier mal was ich versuchte den jetzt mal ganz schnell zu töten mal sehen ob ich den lebend gekillt bekomme es kann natürlich das sein die tiere die alphas die ich das letzte mal gekillt hatte ja der ist auch betäubt ja ich glaub du musst sie wirklich ähm ohne betäubt haben zu killen ja verdammt wir bräuchten einen feuertrike ja der haben wir jetzt keinen mitgenommen das ist natürlich doof ja komm dann wir brauchen ja eh ne neue base na gut hier ne neue base ist kacke das ist zu offen wir müssen eh gucken wo wir jetzt wieder was neues aufbauen aber die sind noch nicht in unsere innere in unser inneres haus reingekommen wieso oder ich guck mal doch die sind drin ja 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 an den level an den leveln weil die high level waren alle im in der inneren mauer wo bist du jetzt hin gelaufen ich bin hier runter gesprungen in den fluss rein oder was nein hier ich bin daneben da bist du doch na egal guckt und jetzt schon das dritte oder vierte mal wo wir angegriffen wurden und eigentlich schon wieder so gut wie zerstört wurden super sache so kann man natürlich auch nicht vorwärts kommen kann ja auch nichts werden ah man ey naja egal mich regt sowas nicht mehr auf ach hör lol wir kommen hier nicht durch was ist das für ein schwachsinn er baut denn das ding dass es kleiner wird ja wir suchen feuertschweig oder was kacki hier wir müssen generell hier mal gucken was wir hier so finden was hast du für ein level 160 ne lass mich in ruhe misfi ach ne nicht schon wieder man trike ach ne wenn du das im pvp machst dann ist hier aber schluss naja ich habe zumindest ein paar perlen und zementpaste ja weißt du wohin wir müssen hier einfach mal gucken oh hier ist ein teleporter wollen wir mal ein teleporter benutzen auf eigene gefahr warte mal das kann man sich ja mal merken hier ist ein teleporter da ist ein spieler weglaufen oder kein ne 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 drauf 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 wir sind zu zweit oh ja die die zähmen hier einen indominus rex warte der 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 rennt weg bis hinter mir hab ihn hab ihn hab ihn hab ihn ich habe ventrix gekillt nice looten ne hör auf der ist tot was ist mit dem indominus rex können wir den jetzt heben ne 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 wir haben kein alpha meat wo ist der typ wir müssen ihn abbauen pass mal auf mich auf wollen wir den indominus rex dann killen nicht dass der jetzt aufsteht und uns tötet ja machen wir gleich bleib erstmal bei mir was geht denn jetzt ab achso du warst das ach Achtung was dann was dann was dann äh jo fertig? ah so guten loot hatte der net auch hide rüstung äh warte wo ist mein track da jetzt den rex killen oder was? ne warte mal ich will mal was gucken wir müssen den ja killen ok du willst den nein 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 wir müssen den nicht killen ich will nur mal was gucken weil die hatten kein Dings dabei hatten die alpha meat ne die haben den mit raw mutton gezähmt kann man den damit zähmen? ok ähm ja lass mal killen warte mal nur mal so zur info wie viel leben hat der? 600.000 ok nicht schlecht warte mal ich geh mal ein bisschen hier raus sonst krieg ich wieder hier so weiter der ist gleich down yes lol hier war so ne fliege ja lol zerstückel den doch noch mehr ey nein 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 trike trike ey nein ach ne nicht schon wieder ey das warum passiert mir das eigentlich die ganze Zeit was soll denn der scheiß ich will nicht hier dauerhaft Tiere abbauen ich hab jetzt locker paar tausend Fleisch dabei äh da ist ein oh nein da ist ein alpha drache weg oh hier ist noch hier ist noch einer oh guck mal feiere Elemental Racks grad mal weg holen ey die hatten aber grad richtig ähm äh vor hier was zu zähmen naja ja im Prinzip brauchen wir dann auch machen oder was? ja 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 wir klar können wir das machen wir müssen halt erstmal nur welche finden wow ja hier ist noch einer das ist ein giga ein alpha giga ne warte mal warte mal warte mal was denn? hä als ob du die mit raw muttons heben kannst sie die denn hä als ob das funktioniert versuch wer es wert da ist noch einer was am fressen alter wie viel haben die hier gelegt ja krass die werden bitte ärgern ey ne ne lass auf einen gehen auf einmal das geht ist besser ist effektiver ok einfach weil ähm oh 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 verglaufen? ne er liegt schon wieder er liegt schon wieder ach der liegt schon wieder lol der ist geraged der ist aufgewacht kurz ja anscheinend wie siehts aus? jo der ist fast down jawoll nice ja ja und der hier ja wie wir jetzt hier alles wegrotzen naja aber so assi ganz ehrlich die haben uns auch einfach so die anderen da haben uns auch einfach so angegriffen oh man so komm weiter 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 ey wie viel leben hat der denn? ist das ein alpha rex? ja das ist ein alpha rex tatsache 560 und wie viel leben noch? oh nicht mehr viel der hatte eben Hälfte als ich geguckt hab der ist jetzt bestimmt nur bei 1 Viertel guck mal der blutet doch auch schon richtig guck mal sieht man doch ich kann da nochmal gucken ja fast down so jetzt ist er down Achtung jo ja ja ich hab Dino Herz bekommen und Dino DNA ein Stück hast du auch was bekommen? viele brauchen wir zum Thämen? zwei wir brauchen zwei wir brauchen eh erstmal die äh äh die die Eternals Missy wieder kommst du? ja ich wollte nur noch eine Giga reingucken aber ne da ist nichts drin ich hab doch alles gelootet ach manno ähm was macht ihr hier? Party oder was? normale wa? ja jo hä 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 oh ne da will ich nicht hin ne? ja sko guck mal was er ist das ist ein Prime Agentar ein äh Dominus Rex ein Prime Drache oh nein fuck wo sind wir eigentlich gerade? uuuuuh wir müssen aufpassen naja eigentlich ne so doll aufpassen müssen wir nicht können eigentlich kaum was falsch machen hm wir brauchen nen Base-Spot nur die Frage ist halt wo? am Wasser ist dumm ah da 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 am geilsten wäre halt wirklich oben am Berg oder aufm Berg die Frage die Sache ist halt nur wie äh kriegt man das verteidigt ohne Teele der im im